grüßt euch hier ist der holzloki von holzkunstloki ja jetzt geht es auf reise nach zwickau schnitz event wie man sehen kann hier ist alles leer also rümpel und ein paar sachen die man nicht mitnehmen muss auch das kleine schweinchen muss da bleiben die bank wäre hier weiter bauen weil jetzt habe ich nicht einfach ans auto gekriegt zu viel auch die dicke eule muss hier bleiben die gegner noch zu paul schwimmt ja alles eingeräumt alles leer wie man sehen kann bis auf ein paar sägen die ich es nicht unbedingt brauche ja so sieht es aus ich zeige euch mal anhänger der ist vollgepackt motorsägen mit hauptsächlich mit wie man sehen kann mit holzskulpturen zum verögern und ein paar sachen die für mich sind also wie gesagt seid gespannt ich versuche mal gute bilder einzufangen dort auf dem event nicht wie das letzte mal wo ich es nicht geschafft habe aber ich habe heute vorgearbeitet ich glaube es sieht ganz gut aus habe hier noch was drin so ein bisschen kleinigkeiten wo ich vielleicht ein bisschen nacharbeiten kann und das allerwichtigste werde gleich sehen was man immer mitnehmen muss manchmal ist dann abends da die bierbutte zu in dem fall nicht zwicker gibt es genug weiß ich hier drin ist genug getränke ich denke mal da komme ich ganz gut hin die drei morgen noch ein bisschen einpacken da geht es morgen früh los alles klar seid gespannt was kommt bis gleich so sind wir angekommen jetzt machen wir uns hier ein bisschen platz bisher müssen wir auch fließt dran legen dass wir sauber arbeiten können ja wir bauen mal auf und dann zeigen wir mal was wir bauen haben ja ja eigentlich ja 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 da muss doch mal träumen ja 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 hallo gabi hallo das ist richtig klar hier ist die füge in der foto sind die moment Mit jemand. Oh, ein schöner Macherfall. Sehr schöne Sachen mit Licht hier. Die Brüder sind oft da, aller Art, das ist gut. Dann haben wir hier wieder Jörg. Wenn man vorne kann. Sehr schön. Schön ist, dass die immer so lang echte Figuren, das ist gearbeitet. Ich höre die Wartner. Wenn man viel mitbekommen ist, ich höre die Wartner. Okay, ich höre die Wartner. Okay. Okay, okay. Und Hendrik, da sitzt es wie immer rum. Dann haben wir hier unseren Gumpel aus Fernlandi, der müsste leider abreißen, da haben wir die Bühne oder die Resten gesprochen, schade, dass ich gerne den Räfer schon raus gemacht hätte, weil er macht doch mal was dran geht. Dass ich irgendein Himmel hätte gut drauf gemacht. Manuel, da ist immer noch ein zweiter, ein zweiter, ein zweiter, ein zweiter, ein zweiter Wir unterstützen da почти ein zweiter. Wir treffen selbst bei 2. Ich hoffe, das hat was, auf YouTube. Oh, da geht's. So, jetzt bleiben wir gleich mal den Hauptplatz vorne, wo wir das Holz holen. So, hier aus, da hat sich hier der Server nicht glückgelassen, hat alles überholt als der normale Alkohol. Natürlich jeden Wünsch, der rechtlich kann, das ist auch eine U-Bus. Ja, jetzt können wir heute hier für die Gidex eine Topmodel machen. Das ist eine faulichelte, aber der Angang ist nicht glücklich. Ich ahne, dass der unten voll schön ist, aber vielleicht krieg ich das noch geholt. Dann ist Sven abgereist, dann muss er zum Geburtstag. Ach, Stich ist doch schade, weil die haben noch ein Geld drin. Ich bin jetzt auf dem Medica-Fibur geleistet. Das ist alles hier und anderthalb Sachen hier, ne? Die muss man sagen, das muss man so machen. Ja, das muss man so machen. Wer mal herkommt für den Schützern, hätte mega, echt mega, brauche ich es uns. Die muss man mal hier suchen. Ja, hier in der Hälfte ist es ja auch ein Zimmer entgegen. Ja, hier in der Hälfte ist es ja auch ein Zimmer entgegen. Ich kippe jetzt. Da ist ne Barthin. Ja, kann man alles hier finden. Der Ziele möchte abends, an der Stelle noch Stücke beim Netz gehen. Ja, wollen wir durch die Hitze. Ja, so soll es heute sein, so kann man schon jetzt nicht. Ja. Okay. Ich schaue nochmal, vielleicht tun wir nachher, dann lass ich jetzt nochmal ein bisschen filmen. Mal sehen, was rumkommt. Okay? Na, wer willst du noch was fahren? Ich habe für YouTube. Nee, das ist wirklich das. Das ist wesentlich Stredi. Wir haben auch nicht geguckt. Super Kunde, Logi, guter Fahrt und ein Haufen Dreck. Dreck, Dreck, das ist ein Stück aus, das gibt ja alle. Der Rico hat so ein bisschen lustlos, der hat den Arsch gemacht. Alles vom Arsch. Bär den Arsch, Bär den Arsch, alles vom Arsch hier. Okay, unser Leipzig ist ruhig, es geht ins Werben abgeholt, also der Schlaftag. Hier in dieser Loke, da ist unsere Kaffeemaschine. Ja, da wird die nächtig, das ist ein schönes Auto, das sieht nicht aus. Spannende Hammer Sarczy Sie 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020